Willkommen zur zweiten Folge von Minecraft mit Luca und Tuba. Ich hoffe, das Video gefällt euch und let's go! Und ja, ich habe für diesen Song 18 Euro ausgegeben. Egal. 64 Smaragdia und wenn ich klaue ich all deine Socken, also wenn es um meine Socken geht, dann kenne ich keinen Spaß. Das werden wir in dieser Folge versuchen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich sehe, hast du einen neuen YouTube-Charakter. Oh yeah! Ja, ja, ja. Also unser Ziel ist, die Folge 64 Smaragdia zu kriegen, sonst sind meine Socken weg. 64 Smaragdia, also ich habe hier mal jetzt einen Ofen. Ich habe schon mal, ich habe in der letzten Folge, das habe ich glaube ich nicht so gesehen, Eisen gefarmt. Was? Hier, hier, jetzt am Ofen. Es brennt schon. 33 Smaragdia. Ja, jetzt war dieser einen Schluck, weißt du noch? Ah. Da, wo du gesagt hast, dass du stinkst. Da hast du zuletzt geduldet. Echt, das ist schon ein paar Tage hin. Ein paar Tage? Ja, ähm, ich werde jetzt, wir müssen die Villager krechten. Wir haben ja auch einen Laufbewohner, ne? Hier eingesperrt. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ja, 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 bring den mal, ja, ja. Hier, wohin? Kurz Gassen gehen, was soll ich damit? Der meinte, lass ihn einfach eingesperrt. Sonst gehen die nicht alle in die Häuser. Echt? Die haben keine Häuser. Ach, die kommen nicht hoch. Die ist obdachlos. Nichts gegen obdachlose, nichts gegen obdachlose. Ich durche sie jetzt von der Kette. Nein, nein, nein. Digga, Tupan, wir brauchen die. Jeden Einzelnen. 64 Smaragdia. Ich glaube, ich spinne. Du kommst? Ja. Ich habe zwei in einem Loch. Ja? Ja. Er rennt zu dir. Warum will er zu dir? Weil ich der Nette von uns beiden bin. Ja, ich werde jetzt, wir müssen die Villager krechten. Ich würde sagen, wir schlafen. Ja, warte mal. Ja, ich nehme auch einfach das Bett da unten. Ich habe so ein Bett geklaut. Ja, ich habe kein Bett. Digga, der liegt auf mir. Hilfe, ich bin belästigt. Ich kann das alles nicht mehr, wenn ich wieder rauskomme. Da gehe ich da hin. Ich mag das. Such dir jetzt ein Bett. Ich habe zwei Betten. Ja, meinst du? Wieso hast du einen Zweig? Einen Teil dort? Ich bin ein ziemlich breiter Mensch. Okay, okay, okay. Wir müssen weiter zu der Village schauen, ne? Mission, ne? Ne. Wir brauchen einen Fletcher. Diesen Block bauen, mit dem man so diesen Bogenschützenblock, weißt du? Nein, Luca, nein. Weißt du, was ich meine? Nein, nein. Au! Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das. Ich kann das nicht mehr. Scheiße, Luca. Ja? Meine Mutter ist gerade reingekommen. Mach mal, mach mal, komm mal, du craftest uns jetzt den Block, den wir brauchen, okay? Okay, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Okay? Ich helfe dir nur, ich helfe dir nur. Ja, puhze mich mal diesen Block hier auch. Okay. Oh yeah, oh yeah. Okay, er puhze hier supergut. Digga, Tuba. Tuba, Tuba. Tuba, Tuba, Tuba. Digga, ich bin mal ein Schaden auf. Hör auf. Okay, 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 pass auf, pass auf. Du kommst jetzt. Du kommst jetzt nicht mehr. Lässt du aus. Warte, du musst nicht die Tür gehen, Luca. Mensch. Ey, nicht mal das kannst du. Sorry. Ich baue da hinten einen Block ab, okay? Und da baust du jetzt diesen Block hin, den du gerade gemacht hast, hin. 32 Stöcke für einen Smaragd. Er ist arbeitslos. Ist du wirklich arbeitslos? Ja. Gar nichts gemacht. Hä? Digga hat mich nur angeguckt, er wurde arbeitslos. Ich bin sein Vorbild eigentlich. Jetzt habe ich schon mal zwei Smaragde. Es fehlen nur noch 62 Smaragde, Tuba. Ich habe auch einen. 61 Smaragde. Yo, was ist das für eine Hülle? Ich gebe dir fünf Euro, wenn du jetzt runterspringst. Fünf Euro? Fünf Euro. Ja, chill. Oh. Du willst mich ficken. Warum sammelst du immer die Eizeps auf, wenn man stirbt? Ich hasse sowas. Meine Hau, du hättest jetzt meine Hau geklaut. Wow. Das waren die einzige Hau, die ich habe. Wo bist du? Oh, du bist echt weggegangen. Wieso bist du so schnell? Chillen mal. Oh, okay. Nein, das ist zweitief. Lama, der Händler. Lass den töten, lass den töten, lass den töten. Ich möchte die Leinen haben. Ah, hier ist noch eins. Warte, hier ist noch eins. Warte, da ist noch eins. Noch ein Lama, warte kurz, warte kurz. Ja, ich habe ihn. Aha. Ja. Oh nein. Wieso hast du da nicht geplatzt? Der war bei dir. Los, platz bei ihm. Look. Ja, Mann, warum willst du mich auch die ganze Zeit töten? Tuba, wir kommen immer näher. Ich habe 15 Smaragde. Oh, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Kommt, folgt mir. Ja, ja. Kommt. Ja, wo, wo? Oh, Asch, du kannst kurz ignorieren, was hinter mir ist. Tuba. Ja. Nein, ich habe keine Blöcke. Nein. Warum ist denn noch einer? Ist einer runtergefallen. Nein. Egal, ich habe einen. Ich stirb. Fall doch. Nein. 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 Stirb doch, hä? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Promocha. Was? Du hast eine Rüstung und verkackst. Holy shit, Alter. Ich bin raus. Manetti ist raus. Manetti ist raus. Man, mir ist so warm. Ja? Ja, weil ich habe halt einen Pulli und so Wintersocken. Warum hast du einen Pulli an? Bei 30 Grad oder so? Ich weiß es nicht, Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Ne, lass ein Bienen nass. Wenn ich du wäre, würde ich das Bienen kaputt machen. Wo bist du eigentlich? Hinter dir. Ne, das sind nur zwei aggressive Bienen. Nein, nein, nein. Ich meine in real life. Dreh dich um. Ja, nee, da war nichts. Super, ich habe jetzt schon, insgesamt haben wir 41 Smaragdl. Hast du jetzt ins Bett mitgenommen? Nein. Das heißt, ich muss jetzt hier warten, bis du kommst. Dann sag mir, wenn du da bist, okay? Deutsch und so kannst du nicht so gut. Ich weiß. Ich kenne das. Ich glaube nicht, dass es mein Zuhause ist, wo ich gerade bin. Was ist es? Nein. Nein. Ja. Ja. Weißt du, was das bedeutet? So ein Babyzombie. Nein, Bestrafung. Ich darf, ich darf mir eine Bestrafung aussuchen. Oh, nein. Der komplette Bruch, ich, nein. Ich darf mir eine Bestrafung aussuchen. Schreib, schreib Bestrafung in die Kommentare. Oh. So, ich habe, hast du es denn da? Hörst du das? Ja. Au. Ich glaube, das ist so ein unnötiges Item. Oh, das Schild. Lass mal so eine Flagge mitnehmen. Ey. Ey. Ah, sie schießt doch nicht. Das ist so dumm. Gib mir das mal bitte. Gib mir das mal bitte. Das hört sich so dumm an. Pass auf. Pass auf. Pass auf, okay? Das bleibt halt da stehen. Bleibt halt da stehen. Wie viele fehlen uns noch? Äh, nicht so viele, glaube ich. Irgendwie 20. So viel 23. Tuber, 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 tuber. Leg sie in die Truhe. Leg sie in die Truhe. Wir haben das Ziel erreicht. So, warte, warte kurz. Warte kurz, muss man schauen, wie er hieß. Ich hoffe, der Nugget. Wir haben dich glücklich gemacht. 64 Smaragde und sogar noch mehr. Yeah. 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 Ja, was machen wir jetzt? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist denn? Wie gut. Holy shit. Wie habe ich dich outplayed? So, wie fühlt man sich so? Ich bin sprachlos tatsächlich gerade. Gib mir kurz ein Momente. Du willst vielleicht den MLG zählen? Ich hab nichts zum MLG'n. Boot MLG. Boot MLG? Mach ein Boot MLG. Bist du ready? Ja. Ach, fick dich eins ab. Gesehen, ha? Gesehen? Nevermind, wer das noch Skelett uns anschießt. Nein, hör doch auf jetzt! Jetzt stirbst du, oder? Komm schon. Komm schon. Los, bring die noch. Los. Warum hast du ein Schild? Oh, oh, oh. Ein Schild! So scheiße! Stopp, stopp. Ich bin raus, das war's. Lasst ein Abo und Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr beim nächsten Mal dabei seid und kein Video mehr verpasst und dann sag ich nur See. Mmh!